Unweihnachtlich hier? Besser! Weihnachten am FZI ist für mich auch die Vorfreude auf unseren alljährlichen Glühweinumtrunk, zu dem uns der Betriebsrat einlädt. Das ist immer sehr nett und an meinem ersten Glühweinumtrunk sind wir sehr lange versackt. Könnte man so sagen. Und der zweite Glühweinumtrunk, den haben wir dann einfach irgendwann auf dem Weihnachtsmarkt abgeschlossen. Was auch sehr nett war, weil man ganz viele verschiedene Kollegen aus den ganz verschiedenen Bereichen trifft. Mein Lieblingsweihnachtslied ist Christmas Allerseits von H.P. Kerkeling und Udo Jürgens. Und wer es noch nicht gehört hat, unbedingt auf YouTube anschauen. Also ich wünsche allen Mitarbeitern und Kollegen frohe Weihnachten, habt eine schöne Vorweihnachtszeit, kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.